und weiter geht's halt am ersten november 2021 mit der wintersaison öffnungsfahrt über feldwege kieswege allwege und so weiter seit ihr zum fahren es hat ungefähr so elf grad und es bewölkt aufgehört so etwas leicht getröpfelt so wenn man Hunger hat zwischendurch maßenweide Äpfel ein paar Meter weiter auch noch ein paar rote Äpfel jetzt wieder mitten im wald ich glaube ich hab ihn jetzt verfahren schau mal das heutzutage ist wunderbar viel herzliche bäume na war schon richtig so jetzt hoch über Wartenberg da fahren wir nicht weiter jetzt gehts an den Weg herunter gehts unter den Weg her jetzt schon am ersten Mal runter nach Wartenberg bisschen was sieht man gut so 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 Ja, hier ist ein Weg da runter. Hier sieht es nicht wie aus. Ja, hier ist fast windstill, herrlich da. Ganz leichter Niedelregen, ein herrliches Flicker da. Hier ist es oberhalb Wartenberg am Nikolai Berg, wo ich bin. Hier ist es ein Wartenberg am Nikolai Berg. Hier ist es ein Wartenberg. 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 Nach dem Herdlaub ist es weiter in den dunklen Walchenberg.